Yo, what's up bros, who's next in the house, my man, buddy, da mir mit nix und Kratos bei God of War Ascension, crazy mazy, I know it, aber ich find's geil, so, dann gehen wir jetzt mal in mein Ferienschloss, in Kratos, sein Ferienhaus, und dann werden wir das hier mal ziehen, dann kommt dieses Haus anscheinend dann näher, oder wir fahren hin, ich hab jetzt keine Ahnung, ich schätze mal, wir fahren jetzt hin, oder, keine Ahnung, wir werden es jetzt sehen, die Spannung steigt, was wird in unserem Ferienhaus auf uns warten? Oh, 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 oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 solltest du nicht noch einmal vom Boden verschwinden? What the fuck? Was soll ich machen? Schön mal hier die Elektrizität. Elektrizität. Jetzt kommt noch diese scheiß Köter hier. Und auf. Oh, jawohl, jetzt geht hier grad voll die Action. Ah, scheiße, ist hier langsam gewesen. So, jetzt aber, jetzt, jetzt schaffen wir es aber, jetzt. So, jetzt nur noch die kleinen Doggies hier. Eure Mami ist tot, ihr braucht euch nochmal mit mir anzulegen. So, jetzt mal schön beide hier weggekickt. Und. Sag, ne, es kommt jetzt noch so ein Fehl. Ah, ne, gut, wir haben es geschafft. Also, ähm, wenn ihr mal, irgendwann mal so ein großes Haus habt, wir uns ja lieber ja Kratos hier, ne. Also, dann immer schön so eine Falle, ähm, in der Aula oder im Eingangsbereich aufbewahren. Und dann, falls mal ein Einbrecher kommt, wisst ihr Bescheid, einfach dieses Monster dann auf ihn zu kommen lassen. Und, ja, dann wird nie wieder jemand bei euch einbrechen. Obwohl, das Haus ist so groß, dann kommen bestimmt mehrere, weil es kann ja niemand mehr es weiter sagen, dass da solche Monster sind und, ja. Hm, das ist ja mal ne nette Treppe. Das ist sozusagen jetzt der, ähm, Schlüssel für das Haus. Ach, das sind ja, das sind ja zwei Wege. Was ist denn das? Ach, ne Statue. Scheiße, was hab ich denn jetzt gemacht? Leute, ich hab keine Ahnung, was ich gemacht hab gerade, ne. Ich wollte eigentlich, ich wollte das eigentlich gar nicht zerstören oder sowas. Ah, okay, gut, ähm, okay, wer es sich durchlesen will, du es weh, wer es sich durchlesen möchte, der kann jetzt auf Pause drücken für die anderen. Geht's weiter. Ah, jawohl, unser Leben wird dann jetzt auch wieder verbessert, weil wir jetzt das Kogonauge eingesackt haben. Gesundere Verbesserung, ja, super duper. Und da ist bestimmt so eine Feder oder sowas. Ach, wie ich sowas nur gewusst habe, weil wir schon ewig lang keine Feder mehr eingesackt haben, deswegen. Apollo, der Retter, Delph. Ja, wer es durchlesen möchte, konnte ja da auf Pause drücken. Gut, ähm, wir müssen jetzt anscheinend da nochmal hin. So, jetzt wird hier alles wieder vergammelt. Jetzt müssen wir hier die Tür anscheinend da so auf... Ja, genau. Hier so aufschlagen, weil die ja so jetzt verrostet ist oder vermodert ist oder was auch immer. Wir müssen auf jeden Fall das hier noch alles einsammeln. Jetzt können wir ja wieder in dem heutigen Zeitalter, sag ich jetzt mal, wieder weiterlaufen. Wir brauchen ja jetzt nochmal dieses vermoderte Haus. Ähm, laufen nochmal kurz im Kreis. Ähm, ob wir alles eingesackt haben. Ja, haben wir. Ja, gut, gut, ähm, gut. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zu unserer Frau. Ey, was mich eigentlich wundert, wir haben noch keine Frau flachgelegt in diesem Spiel. Das müsste jetzt eigentlich auch bald kommen, weil dann bin ich richtig enttäuscht. Dann hat mich das Spiel richtig enttäuscht. Weil wenn es kein God of War gibt, es gibt kein God of War, wo du nicht ein einziges Mal eine Frau flachlegen kannst. Das müsste es doch hier eigentlich auch geben, mal. Mindestens einmal. 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 Du bist ab sofort verantwortlich für die Vollendung der Statuen. Wie ihr wünscht. Wir hoffen, deine Arbeit taugt mehr als die deines Freundes hier. Wir ertragen euren Anblick nicht mehr. Ihr macht uns krank. Nutzloses Pack erbärmlich jeder Einzelne. Nett. Das ist mal ein richtig netter Chef. Ne, also wenn man solche... Was habe ich jetzt gemacht? Ah ja, okay, gut. Jetzt kann ich die Tür da zerstören. Muss ich mich ein bisschen beeilen. Nicht, dass das jetzt hier gleich wieder neu erwiert und ich da die Tür nicht mehr zerstören kann. Jawohl, gut, ich hab's geschafft. Muss ich jetzt noch eine andere Tür? Ah, nee. Gut. Ja, hier, ihr kleines Arschloch. Hier, wie ich den einfach nur wegfetze hier. Du hast kein Schild mehr, Bro. Das heißt dann, du kannst dich auch nicht mehr verstecken. Ja, dieses Teil ist einfach nur geil. Das Vieh müsste doch jetzt endlich mal sterben. So, jetzt aber. So, jetzt machen wir es einfach mal hier. Vollendung hier. Genau. Hat es gerade Nein gesagt? Ey, wie geil. Also, ich hoffe jetzt mal, dass da irgendeine Braut liegt, die wir jetzt flachlegen können. Nee, anscheinend nicht. Schade. Hä? Hä? Ah, okay, gut. I know it. I have es verstanden. Nein! Noch. Mist! Okay, wer sich durchlesen will, kann auf Pause drücken. Gut, jetzt der letzte Versuch. Nein! Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Wo ist der Ausgang? Ah, da ist er ja. Gut. So, jetzt gucke ich mal kurz auf meinen Timer. Na, geht noch ein bisschen. Können noch ein bisschen zocken hier. So, jetzt laufen wir hier im Flur. Hier haben wir ein Bild von unserer Alten. Genau. Dings hier mal zerstören. Und hier können wir die Sachen mal aufsacken. Was da wohl drin ist. Ach, unser Leben. Das hier... Ey, hier gibt's keine alte, ey. Gibt's ja gar nicht. Das gibt's gar nicht. Ich will jetzt gerne mal mit dem Kratos so ein Minispiel haben, wo man so eine alte knallen kann. Wäre schon mal richtig flott irgendwie. Boah, Alter. Wie. Jetzt merkt man schon, dass ich hier ziemlicher extremer Zocker bin. Und jetzt? Was soll ich damit jetzt machen? Stell ich ihn einfach mal nach da hinten. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ne, anscheinend nicht. Ähm, gut. Muss ich das jetzt wirklich verstehen? Oder Was genau muss ich jetzt machen? Ah, okay, gut. Ähm, vielleicht muss ich dieses Teil da... Die Treppe da runter. Ich versuch das mal. Weil wenn ich die Treppe runter... Dann kann ich dieses Teil auch nicht mehr nach oben schieben. Diese Statue von diesem komischen Typpi da. Wo überhaupt nicht so aussieht. Der ist tausendmal älter. Tausend Jahre und tausend Millionen Jahre älter. So, jetzt schieben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich damit jetzt die Treppe runterkomme. Nio, nio, nio. Ne, okay. Meine Illusionen sind zerstört. Falsche Richtung. Mal schauen, ob ich mit dem Teil hier rein kann. Sieht so irgendwie aus, als müsste das da hin. Oder? Ach, jawohl. Wir haben es geschafft. Jetzt machen wir mal hier die ganze Sankt kaputt. Haben noch eine Feder. Und was wird jetzt mit dieser Feder verbessert? Magie Verbesserung. Jawohl. Magie ist natürlich auch sehr wichtig. Und jetzt haben wir wieder ein Kokon-Auge. Die Kokon-Augen liegen ja wirklich überall hier rum. So, müssen wir dieses Teil da jetzt wieder mitnehmen. Ich schätze schon. Und gehen mal in den nächsten Raum. Ähm, so, da durch. Falsche Richtung. Okay, ähm. Jetzt mal in den nächsten Raum. Da mit. Ne, das ist der nicht. Und ab geht's jetzt da rein. Ne, okay, gut. Da kommen wir jetzt nicht rein. Aber was müssten wir denn hier machen? Hier müsste es doch auch irgendwo etwas geben. Hm. Mal hier ein bisschen die Vasen zerstören, weil da gibt's auch Punkte dafür. Ich hab jetzt wirklich grad voll krass keinen, kein Plan. Könnte man eigentlich mal was anderes versuchen. Vielleicht kann man die Tür so zerstören. Nee, das geht natürlich nicht. Egal, wie alt diese Tür sein würde. Das geht nicht. Was ist denn das überhaupt? Ein Schild? Ach so. Brauchen wir überhaupt nicht. Ah, doch. Jetzt haben wir es angesagt anscheinend. Ähm, wo könnte diese Figur... Wo könnte die hin? Laufen jetzt nochmal zurück. Mal schauen, ob wir da irgendeinen Hinweis finden, der uns dann weiterhelfen könnte. Wenn nicht, ist das ziemlich scheiße. Laufen wir mal in die andere Richtung. Da kann man auch etwas kaputt... Ah, jawohl. Okay, gut. Ähm. Was gibt's denn hier so Feines? Da hinten ist auch eine Statue. Mal die Vasen hier noch kaputt machen. Bestimmt kommen da jetzt noch irgendwo Viecher. War mir sowas von klar. Okay, also mit Elektrizität kann man die anscheinend dann nicht. Alter, übertreib! Nein, nicht Elektrizität. Eisen. Äh, Wasser. Eis, weiß, wach. Alter, was wollen die von mir? Habe ich ja ordentlich aufs Maul verpassen hier, du alte Schreckschraube, du. Und? Oh, ja, Baby. Sind wir tot? Ah, nee. Ah, ich schätze mal, dass wir hier nach unten gehen mussten. Gibt's denn noch irgendwo etwas zum Zerstören? Ja, hier eine Tür. Jawohl, das haben wir noch rechtzeitig gepackt, die Tür zu zerstören. Und haben wieder eine Feder. Dann wird unsere Magie auch wieder besser. Und haben jetzt so ein Gurgonen-Augen. Ey, die liegen wirklich überall, diese scheiß Gurgonen-Augen. Gibt's ja gar nicht. Wenn du die Wahrheit suchst, werden die Seelen des Hades dir eine Hilfe sein. Gut, also ich würde sagen, wir holen jetzt noch die Seelen von Hades. Und kämpfen jetzt ein wenig mit den Viechern hier. Ja, mein Haus, hier habe ich jetzt an der Leine. Und jawohl, schön hier auseinander genommen. Und... Jawohl, das läuft richtig super mit den Seelen von Hades. Kommt mir irgendwie so voll, als würde ich die vielen schneller kaputt machen dann. Ah, es sind noch ein paar, die kommen jetzt wieder. Die Fischer. What the fuck? Und jawohl! Geiler Move hier, Kratos. Geiler Move. Geiler Move, sage ich dir. Und Kopf am Reißen. Genau, Kratos. Genau. Das will ich sehen. Oh ja, Baby. Okay, Bros. Ähm, meine Stimme tut ein wenig weh, weil ich die ganze Zeit so ein bisschen rumschreie. Ich würde mal sagen, ähm, wir machen jetzt hier mal eine kleine Break. Also, beziehungsweise eine Pause. Bisschen neue dann, ne? Und wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder mit einer besseren Stimme. Hoffe ich mal. Weil meine Stimme hört sich langsam wohl ein wenig grau an. Habe ich das Gefühl. Alles klar, Bros. Ähm, falls ihr ein neuer Pro seid. Oder ein neuer Sis. Oder ein neuer Dog, Cat. Whatever. Ähm, ihr wisst, wo das Abonnier-Button ist. Falls ihr kein Let's Play mehr verpassen wollt. Ist natürlich selbstverständlich kein Muss. Alles klar, Bros. Sis. Haut rein. Bleibt cool. Und wir sehen uns neu in der nächsten Folge von God of War Ascension mit eurem crazy Let's Player Nyx. Ciao, 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 ciao.